Okay, mal schauen, was Oh, ähm, ah Wow, das geht aber schnell Ah, wir können okay, wir können zurück Willst du mit mir einen Kaffee trinken? Ich brauche eine Entschuldigung, nicht zu lernen Bitte Ähm, okay Äh, sorg dafür, dass du, oder Stell sicher, dass du auf jeden Fall Necromantik, äh, auf meinem USB-Stick, äh, aus Checkst Muahaha Okay Hey Mad Max, let's bust shit up Das kann man gar nicht übersetzen Okay, ich muss für meinen, äh, Physik-Test lernen Also wenn wir irgendwas, äh, basten, dann Müssen wir auf jeden Fall die Geschwindigkeit messen Ähm, diese Nachricht nicht ignorieren Sag mal, wie viel schreibt der denn? Kannst du, äh, hier meinen USB-Stick geben? Ich brauche ein wenig Info und, äh, ein wenig Raum Beziehungsweise Platz Hallo? Sorry, bin zu spät Verwirrender Tag Ich, äh, treffe dich bei dem Parkplatz Bis dann Okay, meine Kamera wird fertig sein Das hoffe ich Oh, hier haben wir noch weitere Von Dad Hab einen sehr speziellen, beziehungsweise Schönen 18. Geburtstag Du bist jetzt erwachsen Aber du bist trotzdem Unser, unser kleines Mädchen Oh, guck mal auf dein Konto Und gib nicht alles auf einmal aus Was hat Kate uns geschrieben? Ah, Kate hat gefragt, ob wir irgendwo hier in der Nähe sind Und jetzt will sie mit uns einen Tee trinken Sehr schön Und Mom Ach, wir heißen Maxine Max ist nur die Kurzfassung Alles Gute zum Geburtstag Wir können gar nicht glauben, dass es schon 18 Jahre sind Seitdem der Klapperstorch dich gebracht hat Was haben wir hier? Das sind also sämtliche Bilder, beziehungsweise Hinweise, die wir gesammelt haben Okay, das sind die einzelnen Episoden Das sind die Leute, mit denen wir Ach, die mit den anderen Leuten haben wir gar nicht geredet Und deswegen wissen wir auch nicht so hundertprozentig, wer die sind Sehr schön Erst kommt der Prolog, dann kommt der Mondablog Ja, wo ist denn Ein Exhibition-Panel? Wir öffnen mal das Journal Okay, ein USB-Stick Aber wo ist denn Achso, wir können ja mal Was ganz Irres machen Und einfach mal Auf die Schilder gucken Okay, da ist Hauptgebäude Da sind die Schlafseele Dann machen wir uns noch mal auf den Weg Gut, dass Nathan uns nicht gesehen hat Das wäre nämlich, glaube ich, nicht so gut gewesen Okay Okay Alles klar Ach ja, das war ja die, die ständig mit ihrem Handy am machen war Wie geht's dir? Wie geht's dir? Fantastisch Ich bin bei mir selbst Ich bin bei mir 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 Ich bin bei der Vortex-Club Ich denke, du bist besser Ich bin bei mir 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 Entschuldigung Okay Das nächste, die Gesprächige Äh, da ist ein Mülleimer Glück, dass wir unsere Campus ist ökofreundlich Ja Ökofreundlich An denen kommen wir Wo ist denn unser Haus? Ist das unser Haus? Tatsache, muss unser Haus sein Also nicht unser Haus, aber unsere Dorm Okay Lass uns doch mal Äh, lass mich doch mal hier durch Oh, look It's Max Caulfield The selfie-ho of Blackwell What a lame gimmick Even Mark, Mr. Jefferson Falls for your wave-hipster bullshit The Daguerrean process, sir You could barely even say that I guess you got your meds filled Ha, 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 ha What a lame gimmick 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 Oh, wait Hold that pose So original Don't worry, Max I'll put a vintage filter on it Right before I post it All over social medias Now Why don't you go fuck your selfie Oh, yes, Victoria I'll get your bony ass out of my way Okay Kommen wir denn hier irgendwas Die Sprinkler sind angekommen Okay Gute Frage Ist bestimmt da hinten Wo der Hausmeister gerade rumläuft Ähm I don't want to mess with that ladder And hurt poor Samuel Ne, das wollte ich so nicht Okay Ah, hier kommen wir also Können wir mal das Wasser aufdrehen Ah, die Wasserpumpe Das denke ich mir Bei meinem Computer auch immer Das denke ich mir bei meinem Computer auch immer Okay Okay, jetzt können wir Warte Wir müssen Okay Was wäre denn passiert Wenn er den Eimer da aufgehängt hätte Also den Farbeimer Ja, ich meine Er hat das jetzt auch gemacht Aber So, dann Okay Okay, das hat sie irgendwie nicht so gebracht Ist das Kate? Das ist Kate Öh, Kate Öh, Kate Was haben wir denn übersehen? Hier durch die Tür Okay Ich glaube, wir müssen noch weiter zurück Okay Ach, warte Vielleicht müssen wir sogar noch weiter zurück Noch bevor er den aufhängt Ich spiele das Spiel übrigens komplett blind Deswegen Okay Samuel ist jetzt da Wir werden Davon nicht tangiert Können wir hier noch irgendwas mit dem Okay 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 So, wir haben jetzt An einem Farbeimer rumgespielt Ich hoffe mal Ist da hier nichts Schlimmes passiert Und sie in einer Farbe auf den Kopf Das kann einem Menschenbiet Water auf meine Cashmere Do you know how much This fucking outfit kost You look Great I can't even chill On the steps Nice Nice, bro No way No fucking way You okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry Wet paint is not good for hair Get the hell away from me, weirdo Hold on, hold on We'll get some towels We'll be right back So move your ass before I drive It worked Don't mess with Max, bitches Okay Okay Dann haben wir sie schon mal aus dem Weg geräumt In der besten Art und Weise Und jetzt können wir sogar mit Kate reden Hi Kate Hey Max Ah, du siehst ein bisschen niedergeschlagen aus You look down You okay? I'm kind of over humanity today Sorry to be a drama queen Is there anything Max, I'd like to be alone, if you don't mind I'm sorry Okay Das arme Mädchen Aber wir können hier auf jeden Fall mal jetzt Ach, können wir nochmal mit Victoria sprechen? Sehr schön Hey, Victoria What do you want, Max? Na, wir sprechen Er reden immer gut zu Das ist bestimmt vielleicht gar nicht mal schlecht I am sorry That's an awesome cashmere coat It was But there'll be another Well, you always seem to know how to pick the right outfits I do have some talent Mr. Jefferson told me I've seen your pictures You have a great eye Richard Avedon-esque He's one of my heroes Thanks, Max I hope those sluts get me a towel Before they hang a sign on me You deserve a better shot Sorry about blocking you And the Go fuck your selfie That was mean But pretty funny Just one of those days, you know I know exactly what you mean, Victoria Awesome I'll see you later Au revoir So, wir können also alle ganz nett und freundlich Zueinander sein Victoria probably played me I should have played her Better get to my room before I find Warren Man weiß ja nie Vielleicht ist es ja wirklich Zum Besten Außerdem muss man ja nicht gemein sein Wenn andere zu einem gemein sind So, was haben wir hier? Red Room Ja Room 217 No way in hell am I ever going in here Achso, es war sogar Shining-Anspielung, sehr schön Freut mich I'd love to make a photo collage of every person who've posted these Young Guns training? Was ist das denn? Oh mein Gott Ach, Plastic Replicas, okay Aber trotzdem Man, people here are merciless Okay Alles klar, dann Stomp Stomp Bigfoots Dana's still a cheerleader at heart Okay, das ist Danas Da ist wieder Die Vermisstenanzeige Ah, da sind die Duschen Okay Sicherheitstiffs Ähm Ja, sei dir immer deiner Deines Ortes bewusst Okay Lass immer einen Freund wissen, wohin du Wo du gerade bist und wohin du gehst Und du sollst immer Bescheid sagen, wenn dir irgendwas auffällt Okay Achso, da waren wahrscheinlich noch mehr da Könnte sein Ich bin glücklich, dass ich nicht der einzige lonelle Nerd hier Wir können ein Fahrrad kaufen Das sieht auch eigentlich ganz gut aus Und es gibt einen Geek Girls Book Club No Boys, period Ja Das ist natürlich nicht so nett Danke für die Warnung Ja Der Vortex Club ist demnächst noch dabei Ach, wir können am am Feueralarm wieder rumspielen Was ist das hier für ein Poster? Sie leben Okay, sehr schön Aber ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist Das ist unser Zimmer Und wir haben nix hingeschrieben Wie der Change you wish to see Gandhi Oh Victoria, give me a fucking break Und ein Poster Save the Earth Sehr spannend Ah, Pie Warren should be all overbrook They're perfect for each other So, hier ist nix Hier haben wir wahrscheinlich noch einen Notausgang Dann gehen wir nochmal in unser Zimmer Okay, Gitarre, alter Teddy Ah, DVDs Oh, wir müssen mal So, erstmal Blumen gießen Äh Okay Ich hoffe mal, gute Konsequenzen Und wir haben eine SMS bekommen Und zwar von unserer lieben Mutti Okay Das ist ja interessant Der Schuldirektor hat uns offensichtlich nicht so wirklich geglaubt Und hat jetzt unsere Mutter angerufen Dass wir Leute falsch verdächtigen Das ist ja wohl eine Frechheit Was ist das hier für ein Zettel? Es sieht aus, Dana hat mir eine kleine Post-It-Note gelegt Ah, okay Dana hat sich Den USB-Stick gekrallt Okay, dann werden wir einfach mal nehmen Schauen wir uns doch mal Unsere Fotos an Achso, das sind Fotos Wo haben wir denn hier Achso, okay Gucken wir uns die eurem an Das ist die einzige Tourist-Picture, die ich von mir mit der Spassniedel Seattle Das war ein gutes Hockey-Game Und ein großer Kampf Man, Christin und Fernando waren so drunter Hängen auf der Fremont-Troll Schöne Erinnerungen So, haben wir denn hier Ja, ein Telefon werden wir hier wahrscheinlich nicht haben Okay Machen wir hier mal die Schublade auf Ich bin glücklich, dass meine Eltern mein Fotos-Habit in der Jugend Happy Birthday Okay Eine schöne Karte Okay Was haben wir hier drin? Okay Da haben wir noch Kunstbücher Das ist die Colage Die wir auf dem einen Foto gesehen haben Okay Da muss er nicht an sein, wenn wir nicht da sind Oh, können wir ein Foto machen vom Spiegel Okay Okay, dann werden wir mal gucken, ob wir In Danas Zimmer den USB-Stick finden Sie ist doch deine Freundin Sie ist dein Freund Sie ist dein Freund Die Freunde haben keine Sex mit ihrem besten Freund Mit ihrem besten Freund Mit ihrem Freund Nein, wahrscheinlich nicht Wie hast du dich herausgefunden? Ähm, warum hast du dich interessiert? Warum hast du mich sogar gefragt? Du hast nie immer gesprochen, einfach zonet mit deiner Kamera Das ist, warum ich mit dir spreche Was ist mein letzter Name? Ähm By the way By the way Juliette Watson Okay Hey Juliette Is everything cool? Oh yes, Max I've locked Dana in the room, because we're cool Okay Juliette Watson Sei nett Juliette Watson, you be nice I'm flattered I didn't even think you knew my name at all Uh, of course I do Thanks I locked Dana in, because she was sexting Zach, my boyfriend Unbelievable Ähm, würde Dana das Äh, Dana Würde Dana das wirklich tun? Would Dana do that? According to Victoria Dana would do anything to date a quarterback According to Victoria Huh She saw the sext And Zachary won't answer his phone Once Dana admits it, she can go Straight to hell Max I swear I didn't do anything But I bet Victoria did I know the proof is in her room Okay Okay Wir gehen einfach mal Will bang for Jesus Okay Wir malen nochmal was anderes hin Ja, give peace a chance So, das ist Victorias Zimmer Da werden wir nochmal reingehen Mal gucken, ob es hier Ein Hinweis gibt Eine Gazette Ich wette, Victoria put Juliet on her shit list After this article Ist the Vortex Club a cult? Okay Schuhe Schuhe Klamotten Kamera Ähm Okay Okay I'll give Victoria props For not posting my photo And for this nice shot Victoria Marybeth Chase Boom Boom This is the email I need to show Juliet Now I have to print this fast And get the hell out of here Okay Ähm Okay Ach, sie hat gelogen Okay, dann müssen wir Können wir das irgendwie drucken? Ah Okay Dann wollen wir hier so schnell wie möglich wieder raus Oh, Gott sei Dank Niemand da Und dann werden wir Juliet mal Die E-Mail zeigen Juliet, read this Of course I'm an asshole I'm sorry, Dana You are And I hope so You really think I'd mess around with Zachary? Oh, but I get stupid jealous I owe you dinner Still love me? And you do my laundry Thanks, Max You're like the Blackwell Ninja Now let's see what Zach has to say about Victoria You set me free Thank you Warren's Flashdrive is on my desk Vunderbar Dann hätten wir doch mal das Äh Sehr schön That looks like a home pregnancy test Thank you